Hey Leute, ich bin Roland von EasyRunner und heute habe ich euch was von ASICS mitgebracht, nämlich was mega interessantes, brandneu, den Magic Speed in der Variante 4. Beim Vorgängermodell ist es so gewesen, da bin ich wirklich kein großer Fan von gewesen, bin ich nicht gut mit zurecht gekommen, von daher bin ich sehr sehr gespannt, was der hier so macht. Wie gesagt, jetzt ganz frisch neu raus von ASICS gebracht und hinten steht man 43,5 mm hoch, vorne 35,5 mm, das heißt, er hat eine Sprengung von 8 mm, ist sehr sehr ähnlich dem Vorgängermodell von ASICS gewählt worden. Preislich ist er bei 180 Euro, wiegt in der US-Größe US 9 241 Gramm und tritt an in der Tempo-Trainer-Kategorie bis Wettkampfschuhe. Finde ich, passt auch wirklich in dem Fall die Kategorie, das ist okay. Von den Schäumen her muss man sagen, hier werden eigentlich zwei Schaumschichten miteinander vermischt. Hauptsächlich ist das Trägermaterial dieser FF Blast Plus Echo, das ist ein, ja ich sage jetzt einfach so eine Art mittlerer Schaum von ASICS, der ist nicht super weich, aber jetzt auch nicht wirklich hart. Und hier zwischen im Mittelfuß bis Vorderfußbereich haben die den FF Turbo Schaum noch gewählt aus dem letzten Jahr, nämlich das ist der Schaum von den Spitzenmodellen Metaspeed Sky gewesen. Ja, die Kombi, bin ich mal sehr sehr gespannt, was die so macht. Wichtig ist, wie gesagt, dass ihr euch noch merkt, der hat eine Kennzeichnung mit sehr sehr hohen Aufbauhöhen, wie ich schon gesagt habe, in der Mittelsohle und der hat eine eingebaute Carbonfaserplatte und welche Effekte die dann erzeugt im Zusammenspiel mit dem Schaum, das erkläre ich euch gleich im Verlauf des Tests. Wie gesagt, ich finde, das ist ein sehr sehr spannender Schuh. Jetzt kommen erst mal ein paar Bilder und danach gehen wir zum Obermaterial und zum Sitz des Schuhs. Ja, beim Obermaterial ist es auch so, dass hier die mit die größten Veränderungen stattgefunden haben im Vergleich zum Vorgängermodell. Das ist jetzt so ein Ingeniert-Mesh-Material. Das ist sehr sehr schön luftauschlässig, weich, komfortabel, atmungsaktiv, bietet dann noch eine gewisse Festigkeit, also nur die besten Eigenschaften, finde ich. Also das ist echt sehr sehr gelungen, meines Erachtens. Es gibt kaum was Besseres, was in dieser Kategorie antritt. Die Stabil-Elemente vorne sind sehr sehr wirkungsvoll. Die Zehn-Box, die sich anschließt, die ist mega hoch und sehr sehr schön breit. Also auch Leute, die einen relativ breiten Vorderfuß haben, die werden sich hier wunderbar komfortabel aufgehoben fühlen, also sehr sehr gelungen. Die Zunge ist hier vorne befestigt wie immer und an so zwei Seitenstreifen gummimäßig. Das ist auch sehr sehr schön. Diese Gummistreifen, die sind super schön angenehm weich zu tragen und geben dem Fuß hier in diesem Bereich, Mittelfuß, einen sehr sehr schönen Halt. Die Zunge ist schön dünn- und atmungsaktiv. Die Polsterungen sind allerdings gerade im Moment mal so ausreichend. Also die sind nicht üppig gewählt worden. Da hätte es auch nicht weniger gedurft. Die Schnürung ist top. Wirklich top. Die sind sehr sehr schön. Die Schnürschen sind sehr sehr schön elastisch, sind schön gerüffelt, also fräsen sich richtig in die Löcher ein. Das passt super. Der Einstieg ist überraschenderweise relativ breit und sehr sehr komfortabel gelungen. Hätte ich gar nicht gedacht. Die Polsterung hier in dem Schuhkragenbereich ist auch nicht wirklich großartig üppig, aber durchaus ausreichend und geeignet gewählt worden für so ein Tempo slash Wettkampfschuh. Die ziehen auch ein bisschen weiter runter in den Bereich hier runter. Die Schuhkappe beziehungsweise hier im Achillessehenbereich an der Schuhkappe ist auch eine ausreichende Polsterung gewählt worden. Da fühlt man sich auch gut aufgehoben. Die Schuhkappe an sich ist hier hinten vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen instabil, das ist übertrieben, aber ein bisschen dezenter gewählt worden. Dadurch, dass die aber in die hochgezogene Mittelsohle reinmündet und bekommt daher eine gewisse Stabilität und ist auch wirklich ausreichend stabil. Der Fuß steht überhaupt im gesamten Schuh wirklich relativ fest, relativ komfortabel, relativ stabil. Hätte ich gar nicht gedacht. Gerade im hinteren Bereich ist die Mittelsohle relativ dünn gewählt worden. Also das passt alles super. Und wie gesagt, insgesamt würde ich sagen, da ist ein richtig gelungenes, ja, gelungener Bereich gewählt worden, damit der Fuß sich sehr, sehr schön wohl fühlt. Obermaterial toll, Sitz toll, also kann man nicht viel besser machen. Ja, wie üblich, wenn wir über die Mittelsohle sprechen, dann sprechen wir über mehrere Punkte, nämlich technische Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes, die verwendeten Schäume, die Carbonplatte, das Abrollverhalten und ziehen hinterher noch ein schönes Fazit darüber. Ja, bei der technischen Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes können wir uns ganz einfach machen. Der setzt nur zwei Regeln an, nämlich es darf nur eine Platte verbaut werden und die maximale Aufbauhöhe darf 40 Millimeter nicht überschreiten. Letzteres ist hier passiert, das heißt, das Ding ist hier nicht regelkonform, ist aber kein Problem. Du kannst ruhig im Marathon damit laufen. Der Rekord, wenn du ihn laufen würdest, würde noch nicht eine Erkennung finden. Bei den Joyment ist es so, die verwenden hier zwei verschiedene Schaumschichten, nämlich den FF Blast Plus, allerdings nicht zu verwechseln mit dem aus dem Vorgängermodell, das ist eine gewisse andere Konstruktion gewählt worden, und den FF Turboschaum. Das ist der Schaum aus den Spitzenmodellen. Und die Konstruktion zusammen ist, finde ich, sehr, sehr geeignet, viel, viel besser für mich geeignet als bei dem Vorgängermodell. Dieser FF Turboschaum, der ist hier im Mittelfuß- bis Vorfußbereich gesetzt worden. Essex hat bisher meines Wissens zumindest noch nicht veröffentlicht, wie ganz genau der gesetzt worden ist. Ich kann aber wirklich nur sagen, sehr, sehr wirkungsvoll im Zusammenspiel mit der Platte dann auch. Der ist mittelfest bis mitteldicht gesetzt worden. Der ist nicht ganz weich, schnell reaktiv und sehr, sehr angenehm zu tragen. Also ich finde richtig gut ist diese Schaumkonstruktion Essex gelungen. Bei der Carbon-Platte muss man sagen, die ist von hinten bis vorne komplett durchgehend gesetzt worden, vollflächig gesetzt worden, mittel hoch gesetzt worden. Alles in einem auch sehr, sehr geeignet, sehr, sehr gut. Die ganze Konstruktion ist echt sehr, sehr gut gelungen. Abrollverhalten muss man ganz klar sagen, der Schuh ist auf schnelle Läufe ausgelegt. Der ist also ausgelegt, dass man im Mittel- bis Vorfuß aufsetzt. Die Rockerkonstruktion ist hinten so gut wie gar nicht vorhanden. Vorne allerdings wirklich sehr, sehr geeignet, sehr, sehr natürlich und sehr, sehr griffig und auch wirklich sehr, sehr zielführend gemacht worden. Also das ist echt eine Pracht, wie das gemacht worden ist. Und im Zusammenspiel mit allen Komponenten muss man zusammenfassend sagen, der Schuh ist meines Erachtens geeignet bis Marathon. Für schnelle Läufe vor allen Dingen geeignet, also vor allen Dingen für schnelle Trainingsläufe geeignet. Man kann den natürlich auch im Wettkampf anziehen. Es ist eine mittelfeste, mitteldichte Konstruktion. Also wer auf weiche Schäume steht und die unbedingt haben will, der ist hier nicht ganz so gut bedient. Fersenläufer würde ich auch den Eindruck haben, nicht bei mir, aber ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen Fersenläufer gibt, der den Schuh gerade hinten ein bisschen instabil findet. Das muss man nur bedenken. Wie gesagt, bei mir war das Problem nicht der Fall. Der ist reaktiv und schnell, das Zusammenspiel hier von der Mittelsohle. Und wie gesagt, super geeignet, super angenehm zu tragen. Eine totale Verbesserung für mich, was das Vorgängermodell betrifft. Die Außensohle zeigt also direkt den repräsentativen Blick auf die Carbonfaserplatte. Man sieht hier, ist ein Riesenausschnitt gewählt worden und gesetzt worden. Wie gesagt, der Ausblick auf die Platte, die Gewichtsreduzierung und die Flexibilisierung der Außensohle ist natürlich ihr Ziel gewesen. Und das ist auch wunderbar alles erfüllt worden. Als zweites blende ich immer die Maße ein von der Breite der Außensohle, hinten und vorne. Und da sieht man zum Beispiel ein Konkurrenzmodell von Puma, den Diviet Nitro 3. Der hat ähnliche Abmaße, hinten und vorne. Und zum Vergleich habe ich nochmal den Superblast 2 eingeblendet, der ja sehr, sehr stabil steht und sehr, sehr breit steht, was die Außensohle betrifft. Als drittes fällt auf, dass hier nur ein Gummielement aufgesetzt worden ist. Das ist sehr, sehr ähnlich aufgebracht in Form wie das Vorgängermodell. Sehr, sehr wirkungsvoll, sehr, sehr griffig ist das gemacht worden. Ich meine sogar, der Grip ist noch ein bisschen besser geworden als beim Vorgängermodell. Als nächstes gucken wir immer, was ist mit den Verdreckungen, mit den Ablagerungen, die sich in der Außensohle setzen könnten. Das könnte, wenn überhaupt, die im vorderen Bereich sein. Und falls es so sein sollte und es sich nicht raustreten sollte, stört das nicht, weil die Mittelssohle ja extrem hoch gesetzt worden ist. Was die Haltbarkeit der Außensohle betrifft, dieser Gummierungselemente unter anderem auch, die ist über jeden Zweifel erhaben. Die ist 2 bis 3 mm dick. Das war beim Vorgängermodell schon relativ gut und ist hier, wenn überhaupt, höchstens besser geworden. Also insgesamt kann man sagen, die Außensohle ist über jeden Zweifel erhaben. Sehr, sehr gut gemacht worden. Echt spitze. Ja, kommen wir zum Fazit vom SX Magic Speed 4. Und ich hatte es anfangs schon gesagt, der ist der Schuh, der in der Klasse der Tempolaufschuhe antritt. Oder eventuell auch Wettkampfschuhe. Eventuell kann man sich mit dieser Kombination ein Schuh, auch vielleicht direkt einen Schuh in der Rotation sparen, weil der eigentlich beides kann. Der kann also sehr, sehr schnell laufen. Der kann auch sehr, sehr lange schnell laufen. Und der kann sogar Wettkämpfe gut laufen, wie ich finde. Ja, was kann der ganz besonders gut? Der hat ein ganz, ganz tolles Obermaterial und sitzt hervorragend am Fuß. Der hat eine ganz, ganz tolle Außensohle. Die Schaumkombination und die Carbonfaserplatte dazwischen ist auch sehr, sehr geeignet und sehr, sehr cool gewählt. Also von daher kann ich den Schuh nur mit Lob überschütten. Wo man aufpassen muss, sind eigentlich nur zwei Sachen. Nämlich ausgeprägte Fersenläufer sollten mit dem Schuh wenigstens dahingehend vorsichtig sein und den gut prüfen, weil der gerade im hinteren Bereich eben nicht auf Fersenläufer ausgelegt ist. Das ist das eine. Und das andere ist, diese ganz modernen Wettkampfschuhe, die benutzen heutzutage eigentlich eine Schaumschicht, die noch weicher ist als das Material, was er hier benutzt. Die Leute, die diesen weichen Schaum lieben, die sind mit dem Schuh vielleicht nicht ganz so gut beraten. Konkurrenzmodelle wären zum Beispiel der Puma, die Viet Nitro 3, der Sokondi in Dolphin Speed 4 und der kann hier bei beiden ganz, ganz gut mithalten. Da sage ich einfach mal so, der spielt in der gleichen Liga mit und da ist es eigentlich nur noch von eurem Geschmack abhängig, was ihr da nehmt. Die Preisklasse ist irgendwo zwischen 160 und 200 Euro in dieser Kategorie der Schuhe. Und wie gesagt, für mich spielt der super weit oben mit und ich mag den Schuh total. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.